Das ist ein recht großer Tank. Leider sieht er ziemlich leer aus. Das Lagerfeuer ist ein guter Treffpunkt für die Menschen hier. Eine Hütte für einen Hund, mehr nicht. Das sind die Reste einer Kloschüssel. Das sind die Reste einer Kloschüssel. Das sind die Reste einer Kloschüssel. Sieht aus wie ein Scharfschützenturm. Ich gehe mal besser aus dem Schussfeld. Nur ein paar aufgehängte Lumpen. Das ist ein Grill. Nichts weiter. Das ist ein Katapult. Oder zumindest ein Teil davon. Das ist ein Katapult. Oder zumindest ein Teil davon. Der Hackklotz erinnert mich an körperliche Arbeit. Weg hier. Ein Schrottauto. Was für ein völlig verrosteter Blechhaufen. Ein Komposthaufen. Stinkt gewaltig. Ein Chemieklo. Benutzen würde ich's nicht mehr. Das ist ein Schatz. Hübsche Duschkabine. Das erinnert mich daran, dass ich mal wieder baden müsste. Nur ein paar Häuserruinen. Ein Anhänger. Sieht nicht mehr fahrtüchtig aus, das Ding. Eine Hundehütte ohne Hund. In dem Brunnen ist nichts. In dem Brunnen ist nichts. Die Kiste ist wohl leer. Eine Truhe. Da ist ein Schloss dran. Eine Truhe. Da ist ein Schloss dran. So, das Schloss wäre offen. So, das ist ein Schloss dran. So, das ist ein Schloss dran. Das soll wohl eine Art Panzersperre sein. Zu Fuß kommt man aber leicht drum herum. So, das ist ein Schloss. So, das wäre gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020